Puh, ich will nicht. Kommt her. Hat das was gebracht? Hallo und herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einer weiteren geschildeten Runde. Let's play Resonative Nr. 3. Wir befinden uns aktuell im Krankenhaus, haben es jetzt geschafft, einen wichtigen Schlüssel zu finden, Gott sei Dank. Hat ja auch nur gefühlt fünf Jahre gedauert. Und natürlich sind wir nicht alleine. Überall gehen uns hier irgendwelche Zombies ein bisschen auf den Sack. Den Schlüssel für die Tür da hinten. Den haben wir. Die war richtig Achterbahn, Alter. Wir haben den Schlüssel. Diesen benutzen wir. Brauchen wir den dann noch? Nope. Wegwerfen. See. Das finde ich aber sehr, sehr schön, sei ich ganz ehrlich, dass das einfach mit angegeben wird. Ja, alles da, dies, das, das brauchen wir, das nicht so und so weiter. Nice, eine Blend. Und das war den hier auf. Wird auf, mich hier zu triggern. Krankenhaus-ID-Karte von John Ralf. Meine Fresse, vielen, vielen Dank. Was bin ich dir dankbar, mein Lieber? Ernsthaft. Du Arschloch. Was steht der im Spinn drum? Was ist der im Spinn drum? Ey. Was ein Popopikser. Wow. Alles klar. Ich werde zu alt dafür. So, wir haben unsere Krankenhaus-ID-Karte. Das heißt, wir könnten jetzt in die Schwesternstation. Da kommen wir jetzt rein, auf jeden Fall. Werden wir wohl auch müssen. Wir werden wohl hier so durch müssen. Nehme ich mal an. Weil, warum sonst, äh, so ein halbes Labyrinth basteln, oder? Ich glaube, das... Oh nein. Oh nein. Uh? Uh? Untertitelung des ZDF, 2020 Was ein Arsch. Was ein Arsch. Kennen wir schon. Nein, nimm doch die. Ach du Scheiße. Was war das? Alter. Boah. Gut. Aus der Nummer haben wir uns aber einigermaßen gut retten können. Außer, dass ich es fast verkackt hätte. Ich gebe es ja zu, aber wow, war das eklig. Junge, Junge, Junge. Hahaha, scheiße. Gut. Erste links. Und dann rechts. Gut. Wow, war das. Boah. Da waren wir bereits. War klar. War klar. Wäschekammer, kommen wir nicht rein. Wir müssen durch die Schwesternstation. Natürlich müssen wir durch die Schwesternstation. Wie viele. Leute, ich habe doch schon gehört, dass dahinter Trouble ist ohne Ende. Und ich hätte gerne den Kiefer diesen wunderbaren Tresor, Ladies and Gentlemen. Irgendwo werden wir den Schiff finden. Benutzen. Die haben wir jetzt aber noch im Inventory, ne? Ja, die werden wir auch noch ein paar Mal brauchen. Nein, da sind noch mehr davon. Du verarschst mich doch. Gut. Wir haben eine Nate und eine Flash. Dann machen wir das so. Und da hat es das nicht komplett aus. Der Gang ist clear. Natürlich ist der clear. Willkommen in the Laundry. Halt schon genickt. Und drüber nachgedacht. Gut. Freut mich, dass wir drüber gesprochen haben. So, Sturmgewehr Muni. Sehr gut. Und wir haben leider natürlich nichts, was das weiterhilft. Wir sind aber topfit. Immerhin. Muss ich wirklich dazu sagen. Alles andere wäre schon ein Premium-Schwanz. Rotes Kraut kombinieren wir hier mit dem grünen. Kombinieren. Um eine geilere Heilwirkung zu erzielen. Ey, geh mir doch nicht auf für Cochonis, Digga. Die Schnauze. Nein. Alles klar, Digga. Ja, steh auf. Mach dein Bläh-Move. Ekelhaft. Komm her. Nein? Kein Bock? Ich schon. Hör auf, mich abzufacken. Wir brauchen Muni. Scheiße. Jetzt ist unser Zustand natürlich nicht mehr ganz so geil. Gut. Dann benutzen wir das gleich direkt. Hilft ja alles nichts. Speichern wäre toll. Übrigens. Wir können uns die Muni sparen. Ernsthaft. Also, wir kommen jetzt wieder da rein. Bevor wir uns jetzt mit diesen Fickflichern anlegen. Speichern wir. Und zwar ganz sicher. Nein. Ich gehe da nämlich nicht rein ohne eine Speicherung. Ich weiß ganz genau, dass ich es hart verkacken werde. Ich werde mein Plan Sitor zu flaschen. Und dann serviere ich ihnen eine Nate des Todes. Wir haben nämlich eine. Und darauf freue ich mich. Wir schauen auch gleich direkt ins Inventory. Schnellzugriff auf ihn hier legen. Und dann gönnen wir uns. Wir gönnen uns jetzt Hardcore. Freunde. Na, wenigstens haben wir für Sturmgewehr ein bisschen Muni. Aber das ist auch nicht sonderlich viel, ne? Also, wir krebsen hier gut durch. Oh, Digger. Du Fickfehler. Lass mich doch einfach meine Arbeit hier machen. We talk. Puh. Ich will nicht. Kommt her. Hat das was gebracht? Für ein Jahr. Aber es ist noch ein zweiter da. Es ist einfach noch ein zweiter da. Den einen haben wir ja super geil ausgeschaltet. Aber wie werden wir jetzt den zweiten los? Nachladen. Bevor er uns die Tür aufmacht. Ich bin bereit für dich. Komm her, Motherfucker. Komm. Schnapp dir das Entchen. Knock, knock. Hallo. Ja, kein Bock. Der hat sich schon in die Hosen geschissen. Das kann ich den ganzen Tag machen. War das gerade ein dritter? Komm her. Nein. War es nicht. Uff. Gut. War aber Stück für Stück alles. Kein Problem. Bleib bitte liegen. Danke. Ach du Scheiße. Scheiße. Alles klar, Leute. Freut mich, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, dass jetzt hier diese Kassette liegt, die wir brauchen. Oh Gott sei Dank, Sturmgewehr, Muni. Das heißt, wir können unser Baby ein bisschen nachtanken, Alter. Reload, bitch. Oh ja. Oh ja. Eine Audiokassette. Eine Audiokassette, finally. Nice. Haha. Ihr wisst gar nicht, was mir gerade für ein Stein vom Herzen fällt, ne? Wir kombinieren die Audiokassette mit Imiya. Untersuchen. Darin eine Kassette mit der Aufschrift Dr. B. Aufnahme für Personalabteilung. Okay, Leute. Dr. B. Entschuldigung, ist ja Englisch. Oh, Gott sei Dank, Leute. Schwesternstationen können wir uns schenken. Wir müssen wieder runter zur Treppe. Werden aber natürlich vorher wieder abspeichern. Ich glaube... Nein! 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 Lass mich rein! Oh, Scheiße! Nee! Als ob. Ich will das speichern. Wenn der da schon wieder rumrennt. Diese Fickratte. Auf zwei Beinen. Nee! Oh, Scheiße! Das war's. Ich sterbe jetzt. Oh! 33 Schuss und dann mit dem Gewehr. Das war's. Lauf! Lauf! Ort rein! Rein! Oh, Gottes Willen! Pfff! Ha! Das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Haben wir irgendwas im Inventory, was uns weiterhilft? Jetzt brauchen wir die ganze Medizin. Wir haben keine Muni mehr. Nichts! Alter, ich hab richtig hart gelitten. Herausnehmen. Wir nehmen alles jetzt am Medizin mit, Leute. Wir kombinieren uns die Sachen. Ach, du Scheiße! Kombinieren mit ihm hier. Kombinieren mit ihm hier. Ach, du Scheiße! Gut! Heute eine etwas kürzere Folge, Ladies and Gentlemen. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt Instagaming aus. So wie Twitch auf dem Kanal streame ich regelmäßig. Ich freu mich auf jeden Fall auf euch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Bis zum nächsten Mal.